So, willkommen zurück bei Let's Play Battlefield. Wir sind immer noch mit einem Messer bewaffnet und gehen jetzt in den Kampf oder so, keine Ahnung, mal gucken. So, und sogar hier im Dunkeln sieht einfach alles so geil aus, hier die Bodentexturen, oh mein Gott, ist das schön. Ja, und wir bewegen uns jetzt dahin, wo wir uns hinbewegen sollen, nämlich da vorne hin und ducken uns. Mein Gott, die Straße ist so zerstört, ich glaube, das war ein Todeserdbeben, ey. Okay, naja, so läuft das eben in anderen Ländern, da sind die Naturgewalten anders wie bei uns, ja. Alles ist leise, wir müssen uns jetzt davon, oh mein Gott, du Sack. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt großartig ausrichten wollen mit einem Messer. Ähm, momentan sieht es nicht danach aus, als hätten wir hier das mega Feuergefecht. Eher so nach Splinter Cell mäßiger Action oder so, keine Ahnung, mal gucken. So ein bisschen schleichen wäre vielleicht auch mal ganz witzig, oder so. So, ähm, ja, wie gesagt. Äh, hey du blödes Vieh, hallo? Äh, äh, Roffel? Wir kämpfen mit einer Ratze, ist ja geil, also. Oh mein Gott, die arme Ratze. Lol? Also, okay. Okay, alles, alles klar. Cool. So, jetzt sind wir gleich angelangt am Ziel, an einer Tür und gehen da jetzt noch nicht mal rein, ne? So, öffnen. Ich glaube, wir werden uns jetzt wirklich schleichen müssen. Psst, leise. Oh mein Gott. Darf ich ihn töten von hinten, bitte? Ja. Hö, stirb. Oh mein Gott. Wir sind so ein Stealth-Mode-Killer. Ja, toll. Achso, wir haben so eine Waffe. Bum, stirb. Und du auch. Uäh, uäh. Ha. Oh Gott. Du auch sterben. Fuck. Lass nach. Schnell, lass nach. Lass doch nach. Du, stirb. Hedgehort. So, noch einer. Hallo? Nö. Luft ist rein, sag ich mal. So, ähm. Da ist einer. Stirb. Haha. Du noob. So. Ähm. Ah, die AK-47. Uh, ich mach die Waffe. Ne, AK-S. Na gut, egal. Das ist das gleiche, denke ich mal. Achso, da ist er ja. Ups. Voll gefailt. Ähm. Ich seh nicht viel, aber. Es reicht, um zu erkennen, dass da Leute sind, aber ich treff sie nicht. Oder? Doch. Ach Gott, natürlich. Die werfen Granaten, die Säule. Meine. Äh, ganz ruhig, okay. Wenn ihr mir nichts tut, tue ich euch auch nichts. Ich glaub, das ist denen scheißegal. Ganz langsam. Wo bist du? Oh mein Gott, das zerfetzt mich regelrecht. Wo sind sie? Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Feind? Kein Enemy mehr? Nö. Feier eine Hole. Ähm. Hm. Enemy spart es. Und du auch noch. Hey, stirb doch jetzt. Ah, fuck. So. Ein bisschen nachladen jetzt. Und ganz locker. Ups. Äh, 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 äh. Äh. Wie sie mich einfach... Alter. Wie sie mich einfach mal durch die Dinger treffen hier. Was ist denn das für ein Fake? Wo sind die? Da ist doch... Ist das einer? Äh, ich glaub, das war einer. Hey! Oh mein Gott. Wenn ich besser sehen würde. Jetzt stirb doch, du kleiner... Äh. Geht doch. Oder schläft er? Nee, ne? Ähm. Da... Ist da noch was? Hä? Ach, das ist die blöde Flagge. Wie lame. So, jetzt. Nochmal ganz ruhig vorpischen. Und schauen. Hallo. Ist da noch Gegner? Nein. Sieht nicht so aus. Ähm. Oder? Nö. Zumindest bis jetzt. Alles noch sehr ruhig. Gut, dann sprinten wir zum Ziel. Es speichert auch. Sehr schön. Und, oh mein Gott. Da sind schon wieder Gegner. Kann man sich auch umgehen? Ich glaube, sie sehen mich momentan nicht. Ähm. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Mal so gesagt. Ich gehe einfach mal ganz vorsichtig hier hoch. In der Hoffnung, dass ich hier in Ruhe gelassen werde. Und... Hab aber das Gefühl, dass es hier nicht wirklich weitergeht. Oder? Vielleicht durch den Lüftungsschacht? Nein. So cool sind wir dann doch nicht. Ähm. Vielleicht einfach da vorne rein. Aber da steht schon wieder so ein... So ein Mister. Ich lasse ich hier nicht rein. So ein Türsteher. Ähm. Du kommst hier nicht rein. Rose Arsch. Schuhe Arsch. Alles Arsch. Ähm. Okay. Okay. Ich dachte eben... Okay. Das war... Ah. Fuck. Ich dachte eben, sie haben vielleicht nicht mich gesehen. Aber doch haben sie. Stirb. Du Ratte. Na. Ich glaube mit Schleichen ist nichts. Oh ja. Natürlich. Jetzt kommen auch mal die Todestypen mit ihren Todestaschenlampen an ihren Todeswaffen. Und leuchten mir da ins Maul. Hey. Hau ab. Du auch. Noob. Psst. Mach der Kamikaze hier. Ey. What the hell. Hör auf mich auf zu schießen. Da. Stirb. Mua. So. Und noch so einer. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Wo bist du? Wo bist du? Komm raus. Da. Haha. Du Noob. Kommt mir niemals aus der Deckung. Ähm. Oh mein Gott. Die ballern einfach alle auf mich. Ich glaube. Nein. Nein. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ähm. Hä? Egal. Jetzt ist die Frage. Soll ich. Okay. Da ist. Da ist noch einer. Alter. Wo ist der? Die Sau. Ah. Stirb jetzt. Ich sehe. Ah. Scheiße. Ich hasse sowas. Ich hasse es. Ich hasse es. Ne, ne, ne. Ach Gott. Alter. Meine Güte. Das sind ja Tausende. Was? Da stand eben was. Oh Gott. Granate. Oh Gott. Granate. Das ist nicht. Das ist überhaupt nicht nett. Leute. Sowas finde ich gar nicht nett. Wenn die mir Granaten anfangen zu schmeißen. Solche. Assis. Oh mein Gott. Ich hasse es. Ich hasse es. Was soll ich tun? Wo seid ihr Ratten? Und die werfen Granaten. Ich hasse es. Da ist einer. Komm her. Ich. Wow. Wow. So. Jetzt. Ähm. Ganz ruhig. Ähm. Wenn ich wüsste. Ah. Okay. Ich renne einfach. Ich renne einfach. Kamenikate. So. Ich bin scheißegal. Wir rennen. Speichert. Wow. So. Okay. Und was machen wir jetzt? Hallo? Ihr Noobs. Komm raus. Schon wieder eine Flagge. Ah. So. Lebt ihr? Nein. Da ist alles tot. So wie es aussieht. Jetzt ganz vorsichtig. Draußenwagen. Hey du. Geh weg. Geh weg. Hallo. Hallo. Sind sie noch am Leben? Nein. Gut so. Bin ich hier alleine? Hoffentlich. Ganz langsam. So. Sieht schön aus hier. Also naja. Schön ist relativ. Aber es sieht zumindest mal so aus. Als wäre hier kein Typ der mich hier tot sehen will. Ja. Demnach freut das mich natürlich. Und wir können ganz gediegen weiter laufen. Ja. Ähm. Cool ein Bus. Aber der sieht nicht mehr ganz fahrtauglich aus. Oh mein Gott. Ich hasse es. Wieso schießen sie mit Bazookas auf einen armen Zivilisten? Stirb. Du Ratze. Und du genauso hier. Du kleiner. Zack. Du Feigling. Guck mal. Ich bin alleine. Und ihr? So. Wo ist der nächste? Ich höre Schüsse. Ich höre Menschen. Aber ich sehe keinen. Da ist er. Uah. Selber Schuld. Noob. Oh Gott. Feuer. Ähm. Ja. Soll ich rennen. Oder soll ich wieder ganz behutsam vorgehen? Nein. Ich gehe lieber ein bisschen behutsamer vor. Denn. What the fuck? Ich meine. Ich meine. Hey. Was ist das denn für ein Erdbeben hier? Ich meine. Das ist ja. Lol. Schon assi. Also. So. Ah. Schon wieder so ein Kerl. Hallo. Hey. Du sollst sterben. Geht doch. Okay. Sind da noch mehr von euch? Ein Einkaufswagen? War der gerade einkaufen oder was? Hm. Naja. Was denn das hier? Hm. Naja. Oh Gott. Eine Küche oder was ist das denn hier? Schon wieder ein Einkaufswagen? Hm. Naja. Keine Ahnung was sie damit vorhatten. Aber egal. Oh Gott. Ich hasse es. Ach Gott. Nee. Ich dachte eben das wäre so ein dunkler Raum. Heilige Scheiße. Hallo mein Kamerad. Was bin ich froh dich zu sehen. In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen wo er bleibt. Komm wir verpissen uns. Okay. Da mache ich gerne mit so. Rennen ihm hinterher. Und ja. Das ist ziemlich dunkel hier. Hallo mein Kamerad. Na wie gefällst du dir hier? Ist doch schön. Oh mein Gott. Was ist das? Ja dann mach mal hier. Ich kann Licht sehen. So. Dankeschön. Fürs Aufhalten. Okay. Ähm. Es speichert. Das ist gut. Oh mein Gott. Und ich höre Schüsse. Und das ist nicht gut. Und ich darf wieder ballern. Wo sind sie? Hallo Leute. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo versteckt ihr euch? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe sie nicht gesehen. Aber sie sehen mich. Da ist einer. Oder? Hm. Kann sein. Ähm. Wenn ja. Ist er jetzt tot. Ähm. Da ist mein Kamerad. Soll ich vorbrechen? Ich weiß es nicht. Ähm. Das ist immer so eine Sache. Ich finde es nicht immer so gut. Aber ich tue es einfach. Oh mein Gott. Renn. 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 Da vorne ist auch so einer. Tschüss. Tschüss. Ziemlich mutig die Kerle. Muss ich sagen. Das muss man ihnen lassen. Verdammt mutig. Diese. Diese Fit Piepen. Da ist noch so einer. Hallo. Was bist denn du für ein Vier? Fetter Helikopter. Oh mein Gott. Boah. Du bist ja echt fett. Wo? Wo? Panzerfaust. Ich töte sie. Hallo? Da hinten. Töte sie. Oh mein Gott. Ich bin Rambo. Äh. Oh mein. Achso. Das war geplant. Hab schon gedacht. Ich hab schon gedacht. Ich sterbe jetzt. Aber nein. Ich sterbe nicht. So. Und weg geht's. Oh Gott. Renn. 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 Zum. Oh mein Gott. Das ist so ekelhaft hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schafft er es. Schafft er es. Schafft er es. Hi. Wir haben es geschafft. Hallo Kamerad. Danke. Jetzt geh da rein. Und flieg. Aber ich muss einfach wieder sagen. Es ist schön inszeniert Battlefield. Man ist einfach wirklich mittendrin. Macht echt Laune. So Leute. Und an dieser Stelle beende ich das Let's Play. Nein. Nicht das Let's Play. Sondern den Part. Bis zum nächsten Mal bei Mission auf der Jagd. Ciao.